hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der skyline wir bauen unsere holzausträger aus hier und da noch etwas erweitern und ergänzen ab nächstes bauen wir eine querstraße hier dazu werden wir jetzt eine große straße bauen eine autobahn eine autobahn und er ist das heißt nach unten und 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 nächstes bombe jetzt haben wir eine autobahn und da weg wirst du noch eine autobahn dahin bekommen das hieße runter Vielen Dank. Jetzt haben wir den Autobahnanschluss geschafft. Ohne große Umstände. Können wir einen Teil des Verkehrs entlasten. Und der zweite Streik ist gleich ein Bieterbahnhof. Das ist so schön. so dann gehen wir auch unten durch das bietet sich an dann wird nicht alle holz industrie lastwagen hierher kommen total überlastet das geht nicht so wasser und strom zuerst wasser jetzt haben sie auch strom ist ein möbel so bevölkerung ok jetzt geht es weiter große plantagen leise weg 8000 8000 doch noch nie war Das ist schön. aber das ist auch ein Problem mit der Straße hier Lkw-Verkehr ohne wie er kann gut, wenn wir alles gut leeren und keine Kreuzung schaffen, weniger Kreuzung, weniger Stau, weniger Probleme jetzt wird uns alle vorne angekommen, auch blöd und dafür werden wir jetzt hier vorne eine große Verwendung schaffen Mist Mist das ist ein Inker Boot geht nicht das geht so nicht dann geht es weiter weg wie es belegt das geht das geht das geht das geht das geht kein Strom das geht nicht Möbel Papier fehlt das geht das geht das geht das geht das geht leise hier dass wir haben Vielen Dank. Und dann was anrichten. Kleine Straße. Nicht Probleme. Nicht Probleme. Nicht Probleme. Bülberge. Wilberge ist schlecht. Dann brauche ich noch eine Deponie. Best einer, der Strom erzeugt. Ja, das ist schon ein Problem. Zügel stehen. Oh, hier auch schon. Das ist schon der Wahnsinn. Dann können wir gleich die Jungs hier anschließen. Das wäre vielleicht zentvoll. So, dann wollen wir gleich mal ein Gleis bauen. Das könnte ganz gut sein, dass sie von... Und da nicht. Das wird nichts. Das ist nicht praktisch. So geht's. Schöne Autobahn, ne? Unterirdisch. Und da kommen sie alle wieder raus. Und da fahren sie rein. Aber hier ist ein Problem. Passieren. Zwei Wochen. Ach nee. Das ist der Witz. Jungs, ihr müsst das zulegen und Güter-Brandhof. Wir haben einen Stau. Aber Leute, das soll es heute gewesen sein für die heutige Folge. Wir kümmern uns um den Zugverkehr in der nächsten Folge. Und hört sie und zieht sie. Ich sag mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye-bye. Vielen Dank.